Wir haben einmal Lily. Lange nicht mehr gesehen. Oh, so an sich ist das doch ganz schön. Bis auf, dass kein... Kommen die wieder schon wieder an. No two tanks. Also keine... Ich hab doch gar keine Lust. Klasse. Da bin ich wenigstens raus. Aus dieser No two tanks. Tja. Sehr interessante Wortwahl. Kann man natürlich wirklich falsch verstehen. No two tanks. Also nein zu tanks. Oder... Kriegern, wie auch immer. Wäre natürlich eine Fehlinterpretation, aber gerade passend. Zumindest momentan. Ähm... Hallo? Könnte jetzt mal hier jemand... Wie kann das sein? Jetzt werden doch wieder alle zehn Leute versuchen in den Spiel reinzukommen. Und ja... Tfila... Interessant... Da, natürlich in Battle.net... ...vier natürlich jetzt... Ich habe nur hier online ein Level 17er. Okay. Naja. So, jetzt sind wir ja langsam hier echt über der Zeit. Warum ist das so schwierig? 36 ist doch jetzt nicht so ein hohes Level. Nur weil ich die letzten zwei Mal gewonnen habe, ist das jetzt hier so schwierig mich da zu vermitteln oder was? Nein, nein, nein. Wollen wir mal. Ja, guck mal, da ist so ein... Kommt mir das gerade bekannt vor... Oh, nö, komm schon. Ja, nimm oder nimm nicht Ist mir jetzt Eigentlich wurscht, dann nehme ich Sylvanas Naja, lass ihn Was soll's Oh, zweiter Specialist Ja gut, ich kann natürlich jetzt auch als Durchaus Als Killer gehen Das ist natürlich Jetzt kommt gleich No2 Specialist Das wäre ja auch noch Aha Da, das erste Mal Xul Mal sehen, was der so kann Ich hab's mir mal kurz durchgelesen Nur um einen kurzen Überblick zu bekommen Und dann kann die irgendwie die Sense werfen Und kann als Ulti Also zu Also eine Variante wäre Dass er eben irgendwelche Magier ruft Das ist natürlich Schlachtfeld der Ewigkeit Na ja Da ist Sylvanas schon mal nicht schlecht Fürs Falls der Effekt auch auf den Ja, also mit Sylvanas Effekten ist das natürlich echt Vom Spielen her Ziemlich gut Ziemlich gut Aha 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 Oh, zweimal Lily im gegnerischen Team Als Profilbild natürlich Ansonsten Tornate Mit Ulti Also mit Level 9 Portrait Bild Wie auch immer Profilbild Ansonsten jetzt wirklich nicht So Auffallendes Na gut Auf geht's Ich will anfangen Nochmal eine schnelle Runde Und dann Habe ich mir überlegt Habe Ich spiele jetzt noch Eineinhalb Stunden Also Drei Spiele Plus Minus Setzt mich dann nochmal an Dota ran Mal sehen Alles klar Auf geht's Ich schluss die Frage Wie teilen wir uns auf Wir haben ja jetzt Zehn Sekunden Abklingzeit Das ist der Horror Das kann man nicht so lassen Habe ich nichts dagegen Ich komme ganz guter Kleine klar Ja, lass mal die zwei Spezialis Hier unten hin Aha Ah Ich habe gerade den Sensenmann An der Backe Das Weiß nicht So Wie konnte er die denn sehen Okay Wir haben das Problem Dass hier vier sind Das Oh So Was ist denn Verlierst du denn Leben hier Schön Die hat's erwischt Das ist doch schon mal Das ist doch schon mal ganz Okay Verdammt Ja War ein bisschen weit vorne Stimmt schon Und dann hatten wir Wir hatten den First Kill Was Boss Natürlich Boss Ja Hm Hm Äh Hallo Wie soll's denn mal mit hier Bisschen verteidigen Sieht zwar für mich schlecht aus Aber Einfach mal so ein bisschen was Damit wir hier Nein, 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 nein Nicht schon wieder mich Verdammt War nicht klar Natürlich Jetzt beim Gegner Da ist ein Engel Direkt wieder rein Boah Ist das Ätzend Natürlich waren dann alle Irgendwie nur Auf Schaden aus Lustigerweise hat das sogar Funktioniert Ähm Das Problem ist jetzt Müssten wir wirklich Wieder mal ran Aber ist grad nicht Achso Achso Ah, jetzt habe ich auch wieder mich Okay Das war jetzt wirklich Das war wirklich Nicht cool Ich will mal für den Anfangen So Wollen wir nochmal sehen Ob wir jetzt nicht hier Alles anstecken können Das war jetzt mal ein schönen Fluch Durch die verlängerte Dauer Anregen So muss das Funktionieren So Eine Sekunde Dann bin ich auch da Also wenn ich mal nicht Effektiv bin Dann weiß ich auch nicht Das Problem ist halt nur Ich muss jetzt einfach mal Zurück Um mir Mana zu holen Ich bin schon fast auf dem Weg Also die Heilung Ist natürlich unschlagbar Da kann man ja Erzählen was er will Die Heilung ist Unschlagbar So Jetzt noch einmal hier Und Abmarsch Unser eigener Sehr schön Okay Das ist diese Komische Betäubung Die er drauf hat Na Muss nur im sichtbaren Bereich sein Dann kriege ich die Okay Schon klar Verdammt Ist das Schöne bei mir Ich kann dann einfach mal Hingehen Dem eine verpassen Und dann gleich wieder abhauen Oh Junge Das ist die Möglichkeit So umzubringen Boah Dreimal gestorben Das hätte am Anfang Durchaus nicht sein müssen So Okay Wollen wir mal sehen Was wir hier noch kriegen So Ja Kommt schauen Ihr Blöden Ich bleib hier zum Verteidigen Macht ihr das da unten Das wäre so knapp Verdammt Nein Nein Verflucht Ich hoffe Der hat nicht so viel Leben Kommt schauen Kommt schauen Ops Ich werde das Verdammt. Wow. Oh, 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 oh. Oh, man. Kann man nur so... So, nö. Dann habe ich eigentlich auch noch den Charakter, der am meisten hier an... Ja, das ist die Ulti von uns. Geil. Und warum? Hm, ja. Unterlösen gibt es nicht. Die machen halt einfach unter sich. So, schön. Jetzt haben wir gleich da das Tor. Normalerweise müssten die mich irgendwie nach vorne begleiten. Hm. Verteidigung. Ganz wichtig ist Verteidigung. Der Moment ist auf uns. So. So. Ah. Nein, 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 nein. Ich muss weg. Na, also. Dieser Krumm ist zu. Schon mal weg. So. Talent. Ah. Verdammt. Wo sind die denn? Was bin ich denn jetzt hier für einem komischen Team, dass die da... Alter, was ein Jurel. Der kriegt's nicht mal hin, einen zu filmen, der grad nur bei ihm langläuft. Als ob der nicht aufpassen könnte. Wow. Wieso hauen die anderen ab? So. So. Natürlich haben die jetzt dann Angriffe. Das ist echt übel. Ist das übel. Noch hinter der Mauer haben sie mich erwischt. Wow. Wir haben sowas von verloren. Dann. Warte mal. Wenn das so weitergeht. Ich meine, wir haben zwar merkwürdigerweise noch mehr Kills, aber... ... ... ... ... So. Komm schon. Es lässt noch ein, zwei andere zerplatzen und dann... ... ... ... ... ... wieder drauf gegangen. Das ist natürlich richtig geil. Das ist ein Problem. So ein Müll. Das ist ja gut. Nicht. Verdammt. Das wäre doch besser. So. Nicht. Wieso bin ich verdammt nochmal so langsam? Na also. Jetzt macht was draus. Also. Nein, das passt schon. Sehr gut. Nein, 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 nein. Nein, ihr sterbt davon. Wir sind immer noch zu zweit verflucht. Verdammt. Ich bin immer noch zu zweit. Ich bin immer noch zu zweit. Komm schon. Jetzt mach sie fertig. Ach was. Kann ich ja gerade hier bleiben. Bei bleiben. Ist gut. Einser. Nein. Nein. Ja, ich seh's schon. Na, Bewegungsunfähigkeit, ich hasse das. Das ist so langsam, das ist so abfahrt, ich merke mich. Das ist sowas von nervend. So. Hm. Nimmst du das jetzt mal, oder willst du noch in dem Moment warten? Verdammt. Ich muss nochmal zurück. Junge, 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 was halt am Anfang immer... Boah. Am Anfang ist das immer so schwer. Gerade, und dann sterbe ich achtmal. Blöderweise. Dann kriegen die ihre bescheuerten Kills da draus. So. Nein, 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 lass mich nicht zurück, verdammt. Nein, 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 nein. So, jetzt haben wir sie am Arsch. Haben wir richtig. Ja, haben wir sie doch, die Autoangriffe, die überspringen. springen. Ach ja. So schnell kann's gehen und die anderen hatten keine Chance. Einmal tot, gott durchgeprügelt und das war's. So schnell kann's gehen. In dem Fall wirklich sehr schnell. Das war ein echt schönes Match, muss man wirklich sagen. 133 Punkte für den Sieg bekommen ist auch nicht schlecht. Wirklich nicht. Reitiervariante. Ja, 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 ja. Ähm. Würde ich einfach mal sagen, weiter geht's, ne? Ja.